Pietro hat Junioren Bundesliga gespielt und das wissen glaube ich die wenigsten von euch. Aber hier nochmal ein Beweis. Der Mann kann wirklich richtig, richtig gut kicken. Ich muss selber zugeben, dass ich echt überrascht war. Bei ihm ist es zwar einige Jahre her, aber wie sagt man so schön, Technik verlernt man nie. Ich persönlich liebe es einfach mit Gewalt drauf zu hämmern. Wir haben danach noch ein cooles Interview geführt mit dem Interviewgast Breel Mbolo von der Schweiz. Sehr, sehr geil. In dieser Halle wird übrigens mal ein Wintercup stattfinden und einige von der Community können auch mitmachen. Deshalb drückt einfach auf das Plus.